heyo freunde was geht ab willkommen hier zurück zu einer neuen folge minecraft survival challenge zusammen mit juhu 42 wir sind endlich jetzt ich habe mich noch nicht drückt ab war es gut um damit endlich sind wir im stronghold wir haben den ausbildungsmarkt und so ein weiteres Buch wer mich gefunden wir müssen uns heute wollen abnehmen erwarten auf mich und muss um 3 einmal hier lang einmal hier lang die Städte immer an ja die bibliothek geil geil ach genau bücher für ein spartner ja guck mal auf der kiste ich glaube ich habe stärke vier gefunden boah stärke vier ist gut für bohren die gesucht abgeliefert 2 ich bin es ist auch möglich zwei ich habe ich habe auch schon aus der 1 20 hier war doch aber ich habe das hier das ist ein arm aus dem für die Rüstung ach du auch ja dann hast du ein freies Locken aha warum okay abgezogen ist was guck schon mal weiter ja ich kann auch zum Glück ist meine Aufnahmen, zum Glück nehme ich gerade nicht auf, sonst hätte man hier kein Licht aber wenn du nicht dran bist dann müssen wir ah guck mal, er hat sich eine Höhle durchgebissen noch mehr Fängnissen, hier kommt man nicht hoch ich habe auch ein Knopf gewissen oder? nee, da war kein Knopf ach guck mal, er hat noch eine Höhle durchgebissen noch eine Bibliothek auch eine Bibliothek ne, es ist eine neue cool ich sehe die Kiste, hab die Kiste Flay, ja noch ein drittes Fire Protection, Flame, Bane of Arthropods zack ähm, das brauch ich nicht Feile so, immer nach oben ich glaube von oben kann man immer gut gucken, wo die Kiste ist ich mach'n Jumping Run ich hab' schon eine Kiste gefunden, ich hab' die Kiste schon gelootet so, wir haben jetzt vier von diesen Armourtings hier hab' ich schon gelootet, aber Fire Protection und Flame, Benno, Abwurz wird aber Flame lootet ich hab' noch ein bisschen, oh, ich hab' noch ein bisschen was genommen hab' ich Philipp hey du bist ein Kampf nein, nein practice okay egal, wir gucken jetzt weiter okay, T-T ok, T-T das das ab und der wasser wasser ab und ab und ab ich habe freigesetzt hast du da war freigelassen nee das war er selber versteht aus dem block haben müssen schnell hat die Silberfische töten kommen immer mehr er zwei sind der guck mal da da kommen die ganze welche aus den Wänden ich bin jetzt die Arbeit durch den Schlag durch den du genau also und dann setzen schon mal alle in der Augen rein zu haben ich habe das war's müssen in der Ruhr und abmärkten ja um auch mal drücken als 3 und für Koordinaten wir sind ich schreibe auf 1319 minus 34 hallo hör auf minus 22 94 ja ok die 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 Leute macht nicht mehr als Handball oder ist das der Lava das ist schädig nicht das ist schädig das ist glaube ich um ich habe in den Chat geschrieben wir müssen uns da vorliegen und nach Hause und Ende ausrüsten ich würde mich hier irgendwie gerne noch mal ein bisschen umgucken ob sie vielleicht noch mehr gibt ja Bordstau hier oben gibt es nicht es wird ich bin gekommen er ist gelaufen die Tieten die Tieten die Tieten genau die Tieten ich glaube ich glaube nicht dass sie in der alten Bibliothek weisen wird zum Mann groß ein bisschen Treppe nach oben er war ich eben da gibt es nicht nicht Portalraum zwei Bibliotheken gibt es hier okay ja dann gehen wir nach Hause oder ja dann sehen wir uns gleich wieder wenn wir zuhause sind weiss okay 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 weiss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 nein es existiert in dieser Welt existiert in dieser Welt existiert Edgar nur halbwegs hier wird ein Fake Edgar ich muss mal ganz kurz eben meine Kisten sortieren so Prozent 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 3 mit folgenden weil ich habe erneuert 12 13 es ich war ganz gut ein bisschen da ich habe einen Bogen stärkt wenn es sich vorher auf dem Fall die Diefdeck jetzt noch ich habe auch was ich habe aufnehmen das Leben auch in der Ecke kommt ich bin so was machen wir diese Folge noch zum Ende Prozent was nicht sie haben zu sein zu treu zwei Level soll ich schon flägt ich mache den Brauch oder ja am so was machen wir als wir sein mit einem produktiv sein um wir können der er hat wir können endlich mal erzählen was mein Plan war für ein Charminghaus das habe ich mir nie erzählt und er hat ein Affiliate also ich wollte und ich hatte als Idee das hat was für unsere beiden Köpfe machen nur die eine Hälfte ist von kleinen Dingen und die andere von mir sind die Idee auch ein Ding ja ja wir haben wir haben noch ein ein irgendetwas meine Partie hinterherlaufen wollen ein möglicher ich gehe jetzt noch mal zur das Geld haben guck mal ob ich da etwas habe sonst würde ich sagen guck mal dass wir vielleicht ein bisschen was dafür gefahren oder ja ich gehe mal runter zu uns wo es in die Kurve muss irgendwie an Kohle kommen das ist echt ein Problem für keine Kohle also für mich nur ein Problem für dich für dich ist das kein Problem außer da schmelzen benutzt du das benutze ich für Schmerzen Kohlebraten da wunderschön so eigentlich benutze Holz oder Kohle Kohle und hat er schweigt der Untertitel ja man immer nicht braucht man die Art der Welt war das Leinling muss es irgendwann wenn wir das in Schattenhaus haben bevor wir in Schaden können müssen wir die Ausbildung und für die abwerben oder mit schrägten aber ich hab's gedacht war schon wieder repariert 5 wir haben wollen wir dann um Marken das Vicky so zu fahren Prozent Prozent die Versammt für Beton ja noch nicht nur oder Wartner ich glaube wir haben ein Teil einer Höhle noch gar nicht erforscht da kommt auch zu mir und sie betätigt da haben wir die Aktion haben sind wir nie nach rechts gegangen oder den ersten die auch und den Kunden haben sie nie nach rechts das sind die Angegange und da heute mal lang gehen ja das machen dann gehen wir jetzt mal wieder nach let's gooo auf in die Schlacht aus m m die Kunde gerade mit seiner eine reine Höhle jetzt bin ich hier noch ein Diamant da geht es noch weiter Lava das ist für mich verdächtig dass ich hier ein Diamant versuchen könnte zu verstecken Lava weg da kommt noch nicht um die Kampagne Hallo ihr werdet Junge die Politik meint zu mir ich habe auch vor was komisches 4 1 und vor allem wie in der Menge der Samstag das Komisch oder also ist die Echt in 10 komisch aus das ist so viel ein Gespräch ist für mich ein krass um immerhin er ist noch mehr doch dann ist das hier normal der Sankt das normal ich weiß gar nicht das kommt glaube ich das ist sogar wenn die eine Erze durch die Erze ersetzt werden dann hätte ich jetzt schon 16 die aus die Zwoa dort bleiben das ist jetzt ist die Haus ich bin hier nur jeglich reingekommen ja toll so wir sind hier einfach an diesem Punkt hier die Stelle die Folge beenden so Leute und das war es mit der heutigen Folge ich schaue auf jeden Fall in den nächsten Folgen vorbei ciao bis zum nächsten Mal